Liebe Zuschauer, die Drückjagd-Saison hat so richtig begonnen und es ist Mittwoch, also Zeit für eine neue Folge DOZ News. Herzlich Willkommen. Das Landesumweltamt hat neue Ergebnisse zur Entwicklung des sächsischen Wolfsvorkommens veröffentlicht. Demnach ist die Anzahl der bestätigten Wolfsterritorien im vergangenen Monitoringjahr von 31 auf 34 angestiegen. Es handele sich um 29 Rudel, drei Paare und zweiterritoriale Einzeltiere. Die Wolfsterritorien würden sich auf die bisher bekannten Gebiete konzentrieren. Während das Geschehen in Nordsachsen zu stagnieren scheine, würden die Daten in Ostsachsen eine hohe Dynamik erkennen lassen. Alle neun sächsischen Territorien lägen östlich der Elbe. Weil er eine Gams in die Berge gefolgt ist, musste ein junger Franzose im oberösterreichischen Gemunden eine Nacht im Freien verbringen. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, wollte der 26-Jährige auf den 2100 Meter hohen Krippenstein wandern. Als der Mann im Aufstieg eine Gams bemerkt habe, sei er dieser trotz einsetzender Dunkelheit weg vom markierten Aufstiegsweg gefolgt. Keine gute Idee. Erst als es völlig dunkel war, bemerkte er seine festgefahrene Situation. Gegen Mitternacht ging bei der Polizei der Notruf ein. Allerdings war eine Rettung in der Nacht nicht möglich. Erst im ersten Tageslicht konnte der Mann von einem Notarzt Hubschrauber leicht verletzt gerettet werden. Wildunfälle mit Sauen und Rehen passieren leider täglich. Zusammenstöße mit Bibern sind da schon seltener. Ein solcher ereignete sich am Donnerstagabend in Thüringen. Die Landespolizeidirektion Suhl berichtet, überquerte ein Biber die Fahrbahn just in dem Moment, als ein 29-Jähriger mit seinem Audi von Eisfeld nach Harras unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß mit Meister Bockert, den dieser leider nicht überlebte. Und noch eine Meldung aus Thüringen. Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gelten vor dem Hintergrund der sich weiter verbreiteten ASP ab sofort neue Regeln im Umgang mit Schwarzwild. Zur Früherkennung der Seuche hat der Kreis per Allgemeinverfügung angeordnet, dass alle tot aufgefundenen oder verunfallten Wildschweine sowie erlegte Sauen mit auffälligen Merkmalen verpflichtet beim Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung des Landeslandratsamtes Schmalkalden-Meiningen gemeldet werden müssen. Jäger sollten zudem beim Aufbrechen von erlegten Sauen auf vergrößerte blutige Lymphknoten, eine vergrößerte Milz sowie feine punkt- oder flächenförmige Blutungen in den Organen der Haut oder Unterhaut achten. Soviel zu den Meldungen der Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Weidmannsheil.